Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Scheiße, jetzt sind wir... Mann, los! Was willst du? Schnauze. Ich habe Crawlerzangen für dich. Gut, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Okay. Wir sehen uns. Ja, ja, ja. Einmal noch, dann ist es vorbei. Ich schluss. So. Was willst du? Boah, Schnauze. Ich habe Crawlerzangen. Gut. Blablabla. Wir sehen. Blablabla. Ach, nee, ging anders. Da, da, da. Oh, Mann. So, und jetzt gehen wir mal wieder runter. Ich müsste jetzt so eine Fendestunde aufnehmen, oder? Und wir haben es 0 Uhr 33. So. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. Drei schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ich doch nicht. Ich will handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Drei. Wie? Many? Eins, zwei, drei. Ich muss die groben Schwerte loskriegen. Ähm, hallo. Achso. Hm. Weg. 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 Dietrich. Oh, klar. Kochluft weg. Becher weg. Toll. Hm. Ich dachte, das wäre schon an die Wien. Wenn du weißt. War ja klar. Das ist wirklich nicht so. Oh. Geh doch. Geh doch. So. Und da ich jetzt nicht in der Nacht. Oh, gute Nacht. Wow. Ach, achso. Oh, Mann. Ja, ich hab gut geschlafen und bin ausgeruht. Yeah. Geht aber nicht, oder? Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Schade. Du hattest deine Tagesration schon. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Oder kauf was. Ich hab dich schon abgelopft. So. Ich denke, ich werde jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Ich glaube, die eine Stunde ist rum. Da könnte ich nämlich mal gucken, wie die Aufnahmen geworden sind. Und hoffe, sie sind nicht wieder asynchron. Denn dann hätte ich schon mal wieder vier Folgen. Yeah. Haha. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Oder auch ein paar Minuten. Also auf jeden Fall bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.